Die können wir wie gesagt nicht holen. Allerdings die Kamerador könnten wir mitnehmen. Die könnten wir auch mitnehmen. Ja komm, warum nicht? Oh, warte! Ja! Sorry, brauche ich mal kurz um Leute herabzuschlagen. Hier! 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 Geht's! Untertitelung. BR 2018 Haut schön ab. Das habe ich schon gehackt, aber die Leute nicht zusammengeschlagen. Okay, auch gut. Apropos, wir haben hier ein paar Upgrades, die wir machen können. Schusswaffen haben einen etwas geringeren Rückstoß und eine erhöhte Schussfolge. Und die Trialen Upgrades, ein Folgeangriff auf betäubter Gegner, eine Folgekombo nach dem normalen Sprungkick. Okay, gut. Ähm, ich habe hier ein bisschen Saurai hinterlassen. Das war ich nicht. Noh, ich habe hier. Noite. Hier gibt es auch noch eine Kamera und ein Ausrufezeichen, was das so zu bedeuten hat. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey, come on! So, sorry, da war ich gerade etwas verwirrt. Aber wo sind hier die Schläger in der Nähe? Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass die hier sind, aber hier ist niemand. Das ist irgendwie ein Übergang. Wait, sind die hier hinter? Nee, da kommt man gar nicht hin, aber nach hier oben kommt man. Und das soll eigentlich eine Rolltreppe hier sein. Da ist ein Tresor! Da ist es auch ein Tresor! Wieso rollen die Rolltreppen hier nicht? Komm on! So viele Treppen! Nee, der haut ab! Wait, ich muss das kurz markieren. Shit! Das war gar nicht gut! Das war nicht so geplant! Holy moly, wo ist das 2-pin? Wo denkt nicht hier los? Sowas sind? Sorry, ich möchte nicht mal zum Tresor hier. Das, was explodiert. Sie sind doch gar nicht mehr hinter mir her. Sie sind doch gar nicht mehr hinter mir. Sie sind doch gar nicht mehr hinter mir. Sie sind doch gar nicht mehr hinter mir. Wirklich? Dann plötzlich taucht hinter mir einfach so ein Polizeiauto ab. Und hier ist die Polizeistation gar nicht gut. Sie sind doch gar nicht mehr hinter mir. Was für ein Chaos. Ein Hotdog, gerne doch. Sie sind doch gar nicht mehr hinter mir. 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 Sie sind nicht so. Sie müssen den Teich nur nicht anwenden. Geh mal. Sie sind nicht so. Sie sind nicht so. Sie wissen, was das hier lebt? Sie sind nicht so. Geh mal. So, Junge, ich bin hier, mitten drin, das ist doof, wenn man so, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, Wenn man hier bei dem Abschluss der Mission in diesem Menü ist und man kann gar nichts anderes drücken und man ist so gesehen hingeschmissen. Komm schon. Wie nice, wenn er nicht aus der Tür kommt, dann halt so. Ja, wenn hier schon ein Tresor ist, dann muss ich den ja knacken. Wahrscheinlich ins Auto einsteigen können wir nicht wieder. Ne, das geht nicht. Schade, aber gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020